Montag 10.30 Uhr. Ein Tag nach der FIBO. Eigentlich sollte man sich ausruhen, aber ihr könnt mich ja nix daraus tun. Heute wie immer, seit zwei Wochen mache ich das. Ich zeige euch mal heute wie ich VITES mache. Das mache ich mit einer Übung, einem Satz und mehr nicht. Und das sind 21er. Wenn ihr gleich sehen, sieben so, sieben dann so und sieben Ganze. Also sieben halbe unten, sieben halbe oben und dann komplett. So, jetzt schaut mal genau hin. Nicht so weit weg, sonst kann man die Stimme nicht hören. Oh, fuck you! Das ist mein Spruch, so wie bei Ronny Coleman. Okay, geht los. Nicht quer, das ist scheiße. So. So, habt ihr gesehen, ne? Sieben. Sieben. Und sieben. Und dann... So, habt ihr gesehen, ne? Sieben. Sieben. Und sieben. Und dann... Ah, sieben. Okay. Das war's für heute. Auf! Auf!